ja hallo und herzlich willkommen zur heutigen ausgabe let's play world of tanks und heute sehen wir einen panzer den ich erst vor kurzem im stream mal behandelt habe und zwar die tortoise und ja es gab eine sehr interessante diskussion und die will ich vielleicht sogar am anfang dieses videos mal stellen wie findet ihr denn diesen panzer ich persönlich finde ihn wirklich nicht geil weil es kann ihn mittlerweile gefühlt jeder weiß ihn zu durchschlagen also hier oben schießt jeder drauf mit der richtigen kanone kann man auch hier noch sogar schaden machen also das geht irgendwie und eigentlich gefühl kann man dann am ende doch irgendwie immer darauf schaden machen aber klar die kommandantenkuppel ist ganz präsent und prägnant man ist nicht wirklich mobil ja man hat einen geilen tpm da bin ich schon bei den leuten aber macht das aus also ich persönlich bin jetzt nicht ein riesen freund von dem aber sei es drum der der erisch der hat das ganze hier eingeschickt und die runde ist mal wird ganz nice also von dem her lasse ich die einfach mal so stehen er hat am ende 1723 basis erfahrung und ich glaube ja damit hat man sich hier auf jeden fall es verdient mal gezeigt zu werden ja natürlich der anfang ist immer ein bisschen semi spannend denn man muss erst mal mit der torte dahin kommen wo man hin will aber wenn man dann da ist dann macht es spaß da haben wir schon gleich das gegenstück auf der anderen seite und erzählen wir schon genau da zielt man immer am besten bei der torte hin da hat man einfach nie ein problem und das weiß eigentlich jeder der da einmal nur gegen dieses ding angetreten ist so jetzt kommt ihr hier auch noch super drauf und da schon gar keine chance mehr 1491 schaden schon gemacht der erste kill so schnell kann es gehen wie gesagt die dpm wenn man von dem gerät ausfahren kann da macht es wirklich spaß der alpha schaden ist okay aber wer ist halt nicht abschreckend also 400 schaden 259 durchschlag 326 damit premium also premium kommt dann im zweifel eigentlich immer gut durch aber wie gesagt der schaden ist es eben nicht mehr der jetzt so abschreckend ist wobei das natürlich so ein bisschen bettend sein kann oder so kühlernd weil man vielleicht denkt alle macht nur 400 schaden als da kriege ich noch eines kein problem ja aber es geht halt sehr schnell also das ist für unerfahrene spieler kann das durchaus eine gewisse gefahr darstellen seinen dritten killer da mittlerweile schon mit zweieinhalb tausend schaden aber genau diese situation also er könnte jetzt das sein team nicht mehr zum kicker bringen zehn sekunden nur noch gott sei dank ist sein team da schon hinten weil mit 20 km h endgeschwindigkeit ist halt mal nicht schnell schnell mal zum cap fahren die captain wegfahren ist halt nicht also das muss man einfach mal mit bedacht wählen so der amx 30 der will in der hier um fahren das ist natürlich smart den zu ketten und dann jetzt noch mal wenn er den der amx ihn jetzt gedauert trackt hätte zum beispiel hätte er gar keine chance mehr gehabt klar er kann noch mal sein rap kit holen aber vielleicht noch mal die kette und schnell drehen tut jetzt die torte auch nicht so unbedingt aber der gan hat in dem fall hier jetzt nicht gemacht damit ist er jetzt weiter am start der amx wird jetzt da vom 103 noch seitlich angefahren aber ja jetzt kann er dann mal gas geben so jetzt hat er gekettet hat sich hier jetzt repariert nochmal und jetzt hatte er den wiederum den amx gekettet m 103 hat den finisher gemacht ja und jetzt geht es wieder wohl langsam aber sicher richtung eigener basis zurück da hinten der t54 snapshots gehen mit dem panzer auch sehr gut also dass die kanone ist definitives highlight an dem panzer das muss man klar sagen der wz 120 auch sofort ein treffer hinbekommen und sie liegen halt mit nur noch zwei panzer im gefecht der gegner hat noch fünf aber dafür sind die halt alle recht low also der amx klarer one shot auch jetzt ist aber alleine gegen alle so der amx probiert hier aber der wird sofort geholt in der zwischenzeit kommt jetzt der wz hinten ran der e 50 könnten one shot sein aber da müsste einen guten roll machen denn er hat ja nur in anführungszeichen 400 alpha und der e 50 hat noch naja genau genau so hat noch 411 aktuell 4800 schaden sehr schön der e 50 da dass ich ihn was macht er da 50 hat sich da sicher gefühlt dachte sich das klappt schon so der wz hat sich hier seitlich probiert sehr clever aber er nimmt jetzt ihn hier praktisch aufs horn und jetzt wird er auch noch hinterfahren vom t54 jetzt muss er den schnell weg machen der ist weg gekettet war er ist wieder gekettet und jetzt normalerweise hat er keine chance mehr wenn der t54 ihn hier weiter getrackt aber da ist abgeprallt die kette ist wieder am start er kann sich drehen er muss jetzt schnell drehen t4 50 will hier weg und er macht ihn noch und jetzt ist es worden gegen den stv 103 0 und der hat noch 1100 hit points und da will er jetzt sogar das heft in die hand nehmen und er fahrt jetzt drauf genau oben drauf das ist beim 103 clever und smart auf die kommandantenkuppel da kommt man noch am besten durch aus der distanz ist auch das treffen ist nicht die große problematik eigentlich und auch der stv der schießt schnell also das darf man jetzt schätzen und jetzt ist es jeder braucht noch einen schuss und er macht nein aber das reicht nicht in low roll oh gott sei lang der stv prallt ab und noch einen komm 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 hole dir junge und er macht's er macht's holy fuck er holt sich die radley walters mit 6759 damage ein unfassbar knappes ding aber geil und da hat der tortoys oder die tortoys gezeigt was das ding kann war eine geile runde tut mir leid wenn ich ein bisschen laut geworden bin am ende sorry dafür und ich hoffe es hat euch gefallen bis zum nächsten mal euer ecker ramba roh roh Untertitelung des ZDF, 2020